naja ich kipp den 26 erst mal auf mal gucken vielleicht ergibt sich noch mal eine chance oder noch mal ein gedanke so wo waren wir denn eigentlich stehen geblieben er hat es gemacht und wollten zu dem anderen herz vorwegmarke doppelspornfreistatt bei dem herz wollten wir aber sagen ich weiß nicht wie guterlichen toter und ich weiß nicht wie weit du es mit dem anderen herz hier war es mit der straße lang der straße entlang das herz meinte ich ja gerade das gehört ja zur doppelspornfreistatt er hat er hat er gemeint und das habe ich gemeint hallo einwölf tschüss voll einfach voll einforsholz da gekriegt ach der arme bengel das macht der alte wieder killstealer alter ist das dein ernst ist das dein ernst ich kann ich genauso wie du nicht fertig wir brauchst du eigentlich noch so ungefähr paar drachen banner vielleicht noch auch so dann können wir gleich zusammen herz mal die rachen haben wir laufen wir mehr jetzt noch idioten rum kommen erst sogar gleich zwei hier mit barrikaden wo sind eine rabe hin so vor war schnell hoch ins 80er gebiet verklaufe von johann genau das ist doch gleich um die ecke was los mit dir ja natürlich ja was los mit dir stell dich so an sei kein frosch quack quack hui ähm auch da hinten ist holz und hier sind nur wieder blöde wölfe im weg doch mal nur ein sei lag doch aber überall noch auf dem schrott rum genau los ist er wo wir jetzt tauschgeschäfte machen müssen ja der will nix dafür der hat ne der hat nur zwei gehabt auch nur zwei dann war es der hier mit fünf ja genau fünf johton runensteine schön äh das holz holz ich mir später aber das hier gleich ach halt ich hab ja ich hab ja aber jetzt hab ich keine ächse dabei oh nein so scherz ja ein kornickel wer hätte denn gern ein kornickel geht ja mal eins über guck mal felix würdest du nicht ein schöner dicker kornickel haben denn du zum schlachten naa ist das süß guck mal kannst streichen wenn du willst noch ist der der kopf ist so überdimensional riesig ein bisschen ne vielleicht auch die roten augen älter ist übertrieben fünf steine gleich den richtigen getroffen gut gab es ja noch alles gab es glaube auch noch hier die eier ne wie heißt der johton frag mich ich will es nicht laut vorlesen versuch's mal ohne dir dabei die zunge zu brechen natürlich nein das ist nicht nein das meine ich damit nicht das ist nicht schwierig aufzusprechen der name aber was falsch zu verstehen wird er war kacki fein was los geht doch noch ja hast du kacki fein gemacht oh gott ja feines kacki kacki du alle hast du feines kacki kacki gemacht ja feines kacki kacki oh gott ich weiß ganz genau worüber du dich später wieder totlachen musst äh 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 ähm 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 oh hier liegt nochmal loses erz so klopfer kacki fein mit losem erz ne ja weiß ich nicht ja bei mir wollte er nichts haben ja äh die steinchen gibst du bei kacki fein ab ja äh ähm äh bei grokor bringst du die ähm die eier hin und bei trug ähm bringst du die karnickel hin aha oh bin fertig kann ich noch nicht mal annähern ne du musst halt gucken wo du wirklich die fünf steine bekommst dann ist das schon ja alles liegt hier hinter mir ja zwischen der bäumchen hast du zum beispiel irgendwo karnickel sitzen da liegt ein totloses erz auf jeden fall das hab ich zum beispiel nicht gesehen aber hier hast du zum beispiel für den karnickel karnickel da hast du karnickel ach moment ich gebe ich gebe erstmal das lose erz ab genau mach das mal also äh wer wollte das jetzt äh äh das karnickel ne das lose erz äh war hinten kacki ach mensch kacki kacki will er zu stein haben ja kacki will die steinchen kacki will steine haben ok genau alles klar ja feine kacki stein ja fein das scheiferchen möchte bitte die steine haben oh schade was los ey was isch wird nicht los und der karnickel wurde er trug 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 war das glaube ja das ist gleich der erste hier links genau ach mensch so und jetzt kann ich jetzt kaufen äh nix kaufen die steine bringst du hier zu dem äh hier zum zum herzen aber ich habe aber mal da aber gut dann nicht wie die zu wenig steinchen jetzt habe ich keine mehr du musst wieder sagen brauche ich wie dann hessier für druck äh da du kriegst du mal nicht anders sehen ach du willst wieder boxen ich will nicht mehr sammeln ich will dann doch lieber hier zu kloppen ach ich bin fertig schön doch na dann so dann haben wir jetzt die zwei herzen das ist ja schon mal schön ähm ja ziehen wir gleich gehen hoch gehen Norden ähm Moment ähm weiß ich nicht ja wir gehen so gibt es nichts gutes also gehen wir halt gibt es Holz ja guck dann gibt sie halt Holz die ist da guck hier gibt es aber noch ein Kaninchenbau den ich nicht mehr ansprechen kann ich auch nicht äh da auch wow äh Moment ach da 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 verdorbenem Wolfmeister genau oh ach wir laufen auch nicht zu johu Deine Wölfe kannst du aber schön gleich zurückfallen. Was bist du denn für ne Flasche, Mann? Wer, ich? Ne, nicht. Ausausweise nicht du. Nein. Äh, macht Spaß. Äh. Ach, das... Das macht doch keinen Spaß, ey. Wir sind definitiv zu OP. Definitiv. Ich wollte sagen, jetzt höre auf rumzukritzeln. Kann ja nicht sein. Felix? Ja, bitte? Hör auf, verdammt rumkritzeln, ey. Was ist los mit dir heute? Bist mal wieder froh, dass wir aufnehmen, oder? Ja. Ja. Oh, dreimal sammeln. Oh, ist ja schön. Ist ja... Oh, ui, ist ja toll. Oh, da gibt's noch ein paar Karotten. Was du da? Oh, da ist nochmal Holz. Ah, schön. Schön. War eigentlich bei den Schauflern auch ein Herz? Ja. Weil ich kann mich nur an das Event erinnern. Ja, da ist ein Herzchen. Okay. Sieht man mal, wie lang man hier nicht mehr langgelaufen ist, ne? Das ist krass. Mhm. Oh. Oh, guck mal. Ey, wenn du so schnitzen kannst, Junge, dann hast du dein Leben erreicht. Dann brauchst du nichts mehr machen. Doch, arbeiten gehen. Naja, immer wieder ein bisschen mehr schnitzen. Ja, wow. Aber ja, das ist wirklich schön. Aber trotzdem, ey. Aber musst du dir überlegen, ey. Brauchst du nie wieder... Brauchst du nie wieder eigentlich... ...irgenden blöden Chef, weißt du? Der sagt dir, pass auf, ey. Machst du das, machst du das? Nö, bist du dein eigenes Chefchen. Bist du dein eigenes Chefchen. Oh, Tatsache. Ich hab grads Herz aufgeploppt. Willst du denn hin? Zum Herbst. Willst du durchs Oberstübchen? Ja. Aha. Und weil da oben der komische Typ ist, der das Event triggert. Ach, ihr Vorarbeiter, Agwir. Hört sich mehr an wie so ein Brechreiz. Agwir noch an. Ja, da könntest du ja wohl mal was anziehen, ey. Wenn ich ihn nicht angucke, wird mir geil. Was soll ich denn sagen? Mir wird kalt, wenn ich den seh. Aua. Das ist ja ne andere Sache. Ich lass ihn mal wieder nur nicht genug angezogen. Aua. Aua. Jörg. Lass ich sein. Du Sau. Ich hasse es, wenn die NPCs immer so weit vorlaufen müssen. Vergiss übrigens nicht, deinen Actolus abzuholen, ne? Mein was? Actolus. Ach so, ja. Oh. Krieg ich grad ein bisschen doll aufs Maul. Allöchle. Ich wollte nur Bescheid sagen. Hier ist fertig. Jetzt geht der Kampf richtig los. Endlich eine sinnvoll genutzte Schaufler-Maschine. Meinst du? Meinst du? Beim Schnabel des Herbens so viel Erz. Hier gibt's ne Kupfererz-Aber. Und kommst ja nicht so viel Erz. Nein, leider nicht. Oh, schade. Hat sich also nur Semit gelohnt. Ja. 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 Oh doch, hier gibt's großes Schaufler-Erz. Ja, das ist doch hier jetzt das andere Event. Das will der Typ doch auch ein Buch. Ach so. Ja. Wusstest du das nicht mehr? Nein. Dann wolltest du es jetzt. Kleines Sammeln-Event. Hallo. Das Sammeln-Event steht doch fürs Herzchen. Jo. Bei demnach musst du mal wieder nur Schnöde rumlaufen und einfach machen. Huch. Leck. Oh, ist ja noch schöner. Drei Stück, vier, vier so. Ui, ui, ui. Na, ich vielleicht mit der alten Reden, Mann. Was ist los mit dir? Oh, Kanone. Oh, zeig ich an die Scheißkanone nicht gedacht. Dicfa, jau. TGfa, jau. Auch guter Name. Ach, da ist der junge Arctodus. Ja, der ist eigentlich eingekerkert. Ja, der ist einfach nur eingekerkert, mehr nicht. Mhm. Ich hab zu wenig Energie. Au, au. Hör auf. Was? Lass mich zufrieden, du Sack. Oh. Oh, schön. Nummer vier. Ich klau dir mal das Erz von der Nase weg, Keule. Hoffentlich ist das nicht dagegen. So, wo ging's denn hier rein zu dem Kerl? Da. Oh, was heik'n jetzt? Ach, wieder 14 Stück. Schön. Die Geister der Wildnis empfangen euch. Jo, ich habe fertig. Es geht reichlich erst. Mein Herz ist jetzt auch fertig. Das ist toll. Dort ist auch toll. Ich freue mich bald wieder, frische, saubere Luft zu atmen. Ich entspann mich jetzt hier mal kurz. So. Wo wollt ihr 20, 30 Sekunden hier noch warten, oder? Hm, ich weiß nicht. Kann ich dir nicht sagen. Hm. Ja, komm, jetzt können wir die auch warten, weil wir jetzt hier schon anfangen mit debattieren. Sollen wir schon mal nicht, ne? Ich weiß ja nicht. Kann ich mal gucken, ob hier noch so rumfliegt, was wir vielleicht noch machen können. Oh, ich sehe. Oh, ka-ching. Nee, auch sonst ist weiter jetzt nix. Schote. Hm. Nichts mehr in unserem Levelbereich. Und wie immer kommt es viel zu spät wieder. Der kommt doch jetzt in fünf Minuten. Hm, hm. Also laut dem, äh, dings eben, äh, laut dem Event-Timer eben gerade, nicht. Oder noch nicht. Ich hab schon wieder mein Siegel gecastet. Och, Mann, oh. Was ist der denn? Und ich steh los mit dir. So, was machen wir jetzt nix? Oh, Punkte. Oh, und ja, schau nicht gedacht. So, was haben wir hier noch? Moin. Reicht nicht. So, wo bist du? Ach so. Ich bin zum Blaubeerbusch gelaufen. Ja, ja, ja. Kannst du dir sehen. Zu der Busch. Ähm. Erst zur Feste oder... Machen wir mal Querdenker. Hm, wir laufen vorweg, Marco, hoch. Wo bist du der kleinen, der kleinen Freistadt? Äh, erst mal noch nicht. Oh, nee. Nee, noch nicht. Wegen Panorama. Haben wir ein Panorama vergessen? Ja, vergessen nicht, aber haben nicht drauf geachtet. Da oben nämlich auf der, auf der Wipfel. Ach, da oben auf dem Berg. Ja. Danach kommen wir hoch zur Freistadt. Mhm. Mhm. Ja, ne? Ja, schon toll. Epp. So. Hallöchen. Hui. Ich fange gerade erst an. So, das waren die Söhne. Aua. Ei. Arsch mit Ohren. So. Fertig. Ach. Da unten gibt's auch noch eine Truhe. Truhe? Truhe? Truhe. Truhe. Hier unten? Ja, da unten. Hoch. Bei dem Baum hängen wir wie. Aua. Ui. Wo leidest du mich denn hier rein? Ach, der mich hier wieder hinführt, ne? Umfassbar. Ach, jetzt unterbricht der mich hier beim Öffnen, du Arsch. Komm her. Komm her. Ich hab's auch nicht. War doch gar nicht so schwierig. Ja, ich weiß. Oh, trotzdem. Wo du mich immer hinfühlst, ey. Da lau... Da... Einfach... Aua. Hör auf. Ui. Hab Überraschung, hab Besuch. Wahnsinn. Ja, ich glaub, der ist... Das ist vorbei. Scheufel. Was? Das ist von Jorah? Ja. Der Schreie ist fast im Arsch. Ja, Gina ist steinsgeide auf. Stimmt, ja, die Alte repariert das ja immer wieder, ne? Genau. Stimmt, ja, ich konnte nicht mehr da nieder. Nee. Stimmt, ja. Ähm. Da ist nicht. Da ist nicht. Ach, mein, 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 mein Rabe kämpft noch. Warten, der Box, die, die ich voll mit in der Wuppe, oder was? Ja, haha. Äh, gut. Hallöchen, ja. Schweinebacken. Hey, dein Hammer kannst du behalten, ey. Kannst du dir so zwischen den Schienen. Du platzt es. Boah. Er stimmt, das war ja nur, bis die Alte das Ding fertig gekloppt hat, ne? Richtig. Ja, stimmt. Ja. Oh. Hallöchen. Wimpels verteilt die Bings-Wiegend. So, wollen wir gleich die Freistatt mit seinen Eingriff nehmen, oder? natürlich zurückeroberen muss man so man muss noch mehr als nur zurückeroberen auch hier ist sogar schon da sind ist schon so was schon trupp bei naja können wir das abgrieben der npc heißt geil eis ja ich weiß jetzt kommen sie jetzt wollen sie dahin wieder aufs maul und er so allüchen das war's die roten alter alter hatten synchron tod wohl war wohl war du bleibst schön hier draußen geil ist schon wieder tot egal ist nur unser barri dort ist auch nur ein selforrag das tut mir zu weh so die arme geil Nein, das wollte ich nicht austauschen. So, was haben wir noch? Wollen wir gleich nach oben weiterlaufen?